Joe Biden und Kamala Harris, das Team, das diese US-Wahl gewonnen hat, beide mit Maske, wie wir sie so oft im Wahlkampf gesehen haben, ganz anders als ihre republikanischen Gegner. Beide zeigen sich jetzt unter hervorischem Jubel ihrer Anhänger erstmals der Öffentlichkeit nach ihrem gemeinsamen Wahlsieg. Mit Kamala Harris betritt ja erstmals eine Vizepräsidentin das Weiße Haus. Das ist eine echte Premiere, genauso wie erstmals eine schwarze Vizepräsidentin werden wird. Und jetzt tritt Joe Biden ans Rednerpult und wird seine Worte an die Anhänger richten. Guten Abend, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und natürlich geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner aus Delaware. Ich sehe Senator Tom Carpenter hier und Senator Coons und auch den Gouverneur, den habe ich vorhin irgendwo gesehen. Ruth Ann, ehemalige Gouverneur Ruth Ann Minner und vor allem meine Schwägerin und meine Schwester. Ja, liebe Freunde, es ist die Wahl entschieden. Und wir haben einen ganz klaren Sieg eingefahren, ein überzeugender Sieg. Es ist dies ein Sieg für das Volk, für uns, für das Volk. Wir haben so viele Stimmen errungen wie nie zuvor. 74 Millionen wurden für die Demokratische Partei abgegeben. Ich muss zugeben, das hat mich doch überrascht. Im ganzen Land, in Städten überall in den USA und weltweit, sehen wir, dass die Menschen Freude äußern. Sie glauben an das Neue, an die Zukunft, dass die Zukunft etwas Besseres bringen möge. Und das macht mich demütig, weil sie sehr viel Vertrauen in mich ausgesprochen haben und ihr Vertrauen in mich gesetzt haben. Ich bekenne mich dazu, ein Präsident zu sein, der das Gemeinsame vor das Trennende stellt. Ich möchte keine demokratischen und republikanischen Staaten von mir sehen, sondern nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich kämpfe darum. Ich möchte das Vertrauen aller Amerikaner gewinnen. Das ist mir ein Herzensbedürfnis. Und darum geht es auch in den USA. Es geht um die Menschen. Und das ist das, womit sich diese Regierung auch auseinandersetzen wird. Ich möchte als Präsident die Seele Amerikas wiederherstellen. Ich möchte das Rückgrat dieser Nation wiederherstellen. Die Mittelschicht zum Beispiel. Amerika muss wiederum global geachtet werden. Und wir wollen hier auch mit einer Stimme sprechen. Millionen Amerikaner treten ein für diese Vision, unterstützen uns. Und jetzt wollen wir diese Vision auch in der Tat umsetzen. Es ist dies die Hauptaufgabe unserer Zeit. Liebe Freunde, ich habe immer wieder gesagt, dass ich auch Jills Ehemann bin. Und ich stünde heute nicht heute Abend vor Ihnen, wenn es nicht die unermüdliche Liebe und Unterstützung von Jill gäbe. Und auch meines Sohnes Hunter. Ich möchte auch Ashley erwähnen, meine Tochter, die Enkelinnen, die Enkel, meine ganze große Familie. Ihnen gehört meine Liebe. Jill ist Lehrerin. Aber sie ist nicht nur Lehrerin von ihrem Beruf her, sondern es ist dies auch eine Berufung für sie. Und ich glaube, dass das auch bezeichnend ist. Jill wird eine wunderbare First Lady sein, weil sie Pädagogin ist, weil sie Lehrerin aus ganzem Herzen ist. Ich habe natürlich auch die große Ehre, unterstützt zu werden durch eine fantastische Vizepräsidentin, Kamala Harris. Sie ist die erste schwarze Frau, die erste Frau südasiatischen Ursprungs, die erste Tochter eines Immigranten, die zur Vizepräsidentin aufgestiegen ist. Sagen Sie mir nicht, dass das nicht möglich ist in den USA. In den USA ist dies möglich. Und ich glaube, es ist wirklich überfällig, dass dies passiert. Ich erinnere an all jene, die viele Jahre lang gekämpft haben dafür, dass das passiert und möglich wird. Wir treten ein für Gerechtigkeit. Kamala, Doug und die Familie. Sie sind ein berätes Beispiel dafür, dass all das möglich ist in den USA. Ich erinnere auch an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die Wahlhelfer. Herzlichen Dank an Sie alle, jetzt, wo Ihr unter widrigen Umständen in Zeiten der Pandemie für unser Land gearbeitet habt. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Kampagnen-Team, bei all jenen, die sich unglaublich engagiert haben, um diesen Augenblick, möglich zu machen. Ich bin Euch zu unglaublich großem Dank verpflichtet. Ich möchte mich an alle Unterstützerinnen und Unterstützer wenden. Ich bin sehr stolz auf den Wahlkampf an die Koalition. Es war dies eine vielfältige Koalition, bestehend aus Demokraten, Republikanern, unabhängig, außer Progressiven, aus Moderaten, aus Konservativen, älteren Menschen, jüngeren Menschen, LGBT-Menschen, heterosexuellen Menschen, Menschen vom Land, Menschen aus den Städten, Menschen der First Nations. Natürlich hatten wir auch viele Höhen und Tiefen. Und die afroamerikanische Gemeinschaft hat uns immer wieder unterstützt, hat sich immer wieder engagiert für unsere Sache und ich werde mich für Eure Sache engagieren. Das habe ich immer wieder festgehalten. Diese Kampagne ist ein Spiegelbild Amerikas und das haben wir auf die Beine gestellt. Und so wird dann auch die Regierung aussehen. Und jetzt spreche ich zu den Trump-Wählern. Ich verstehe ihre Unterstützung. Ich habe in meinem Leben auch immer wieder mal verloren. Aber jetzt sollten wir einander die Chance geben, sollten die Hand ausstrecken, die Hand zur Versöhnung ausstrecken. Es ist nun Zeit, sich über die harsche Rhetorik hinwegzusetzen. Jetzt müssen wir einander wieder als Freunde begegnen. Wir müssen einander zuhören und wir müssen Fortschritte erzielen. Und da dürfen wir die Feinde nicht mehr als unerbitterliche Gegner betrachten. Wir müssen unser Gegenüber als Amerikaner betrachten. Das sagt uns auch die Bibel. Die Bibel sagt, dass wir hier auch ganz auf das Heilen zählen müssen. Nach Konflikten muss man das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Jetzt ist dieser Wahlkampf vorbei. Und was ist jetzt der Wille des Volkes? Was ist denn unser Mandat, auf das wir uns stützen? Ich glaube, das Mandat ist das Folgende. Die Amerikaner riefen uns dazu auf, uns einzusetzen für Fairness, Anstand, Wissenschaft und auch Hoffnung. Dazu bekennen wir uns. Wir müssen uns die großen Herausforderungen der heutigen Zeit stellen. Wir müssen das Virus besiegen. Wir müssen den Wohlstand wiederherstellen. Wir müssen auch die Gesundheit in den Mittelpunkt rücken. Wir brauchen Gerechtigkeit und müssen den systemischen Rassismus, den es nach wie vor in diesem Land gibt, beseitigen. Das ist ein Kampf. Wir müssen unseren Planeten retten, indem wir den Klimawandel bewältigen. Wir müssen Anstand, Demokratie verteidigen. Jeder in diesem Land braucht hier faire Chancen. Das ist das, wofür wir einstehen müssen. Liebe Freunde, unsere Arbeit beginnt damit, Covid-19 unter Kontrolle zu bringen. Wir können die Wirtschaft nicht ankurbeln. Wir können die Konjunktur nicht ankurbeln, ohne dass wir hier die Krise, die Covid-Krise bewältigen, damit wir wieder zu einem normalen Leben führen können, mit normalen Zusammenkünften. Am Montag werde ich eine Taskforce zusammensetzen aus Wissenschaftlern und Experten, die in dieser Übergangsphase einen Aktionsplan erstellen. Am 20. Jänner 2021 wird dieser Plan dann implementiert sein, fußend auf ganz solider Wissenschaft. Empathie und Einfühlungsvermögen werden hier im Mittelpunkt stehen. Ich werde mich dafür einsetzen, diese Pandemie zu besiegen, gemeinsam mit den Expertinnen und Experten. Liebe Freunde, ich bin ein stolzer Demokrat, aber ich werde als amerikanischer Präsident mein Amt bekleiden. Unsere Arbeit ist riesig. Natürlich gibt es viele, die mich nicht gewählt haben und viele, die mich gewählt haben. Aber wir müssen uns hinwegsetzen über die Dämonisierung. Die Ära der Dämonisierung muss heute und jetzt enden. Die Demokraten und die Republikaner müssen zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was wir durchaus schaffen können. Das ist nur ein Beschluss, den wir fassen. Das ist eine Wahl, die wir haben. Und wenn wir beschließen, nicht zusammenzuarbeiten, dann können wir auch beschließen, zu kooperieren. Und dafür setze ich mich ein. Das ist Teil unseres Mandats, das uns von den Amerikanern übertragen wurde. Die Amerikaner wollen, dass wir zusammenarbeiten. Das ist schließlich im amerikanischen Interesse. Und das ist auch das, wofür ich mich einsetzen werde. Ich appelliere an den Kongress, die Republikaner und die Demokraten, diese Wahl gemeinsam mit mir zu treffen. Was ist die amerikanische Geschichte? Die amerikanische Geschichte bedeutet, dass man alle Chancen nutzt. Wir müssen hier Versprechen einlösen für alle, ungeachtete Rasse, der ethnischen Herkunft, der Identität oder allfälliger Behinderungen von Menschen. Wir müssen Chancen für alle ergreifen. Amerika wurde immer wieder gestaltet durch Höhen und Tiefen. Es mussten immer wieder Hartentscheidungen getroffen werden in Bezug auf das, was wir sein wollen. Und Lincoln hat das 1816 bereits gemacht. Oder FDR. 1932. Er glaubte an den New Deal. Dann JFK. 1960. Bekannte sich zu neuen Grenzen. Und vor zwölf Jahren hat Barack Obama auch Geschichte geschrieben, in dem er laut skandierte, Yes, we can. Und wir befinden uns erneut an einer Wehgabelung. Wir können jetzt die Verzweiflung überwinden. Wir können zielgerichtet vorgehen. Ich weiß, dass wir das können. Ich habe immer wieder über die Seele Amerikas gesprochen, dass wir uns dafür engagieren müssen. Wir müssen nun die Seele Amerikas wiederherstellen. Wir müssen sie heilen. Wir haben immer wieder Kämpfe ausfechten müssen zwischen unseren Idealen und den dunklen Mächten. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass sich das Gute durchsetzt. Die ganze Welt blickt gebannt auf die USA. Ich glaube an die Hoffnung, die von Amerika ausgeht. Wir werden hier mit gutem Beispiel vorangehen. Aber nicht mit der Macht, die wir haben, sondern mit unseren Idealen. Das glaubte ich immer. Und ich habe es immer wieder festgehalten. Ja, wir können Amerika mit einem Wort definieren. Possibilities, Möglichkeiten. Das bieten wir. In Amerika sollte jeder die Möglichkeit haben, Träume zu verwirklichen. Und mit der Unterstützung Gottes werden dann diese Möglichkeiten auch umgesetzt. Ich glaube an die Möglichkeiten dieses Landes. Wir schauen immer in die Zukunft. Wir brauchen ein freieres und gerechteres Amerika, wo es anständige Arbeit gibt. Ein Land des Respekts, ein Land, wo niemand im Stich gelassen wird, wo Krankheiten besiegt werden, wie Krebs oder Alzheimer. Ein Amerika, das niemals aufgibt, das sich immer wieder zu den Menschen bekennt. Es ist dies eine großartige Nation. Wir sind ein gutes Volk. Es sind dies die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben immer wieder unsere Ziele verwirklichen können, wenn wir an einem Strang gezogen haben. Liebe Freunde, in den letzten Tagen des Wahlkampfes habe ich auch schon über ein Kirchenlied gedacht, das für mich immer schon viel bedeutet hat. Besonders denke ich hier an Bo, meinen verstorbenen Sohn. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns mit Hoffnung erfüllt. Und es ist das, was auch Trost spendet. Da gibt es viele, viele Amerikaner, die zum Beispiel in diesem Jahr auch gestorben sind durch die Covid-Krise. Und ich gedenke diese Amerikaner. Und ich möchte jetzt dieses Kirchenlied kurz präsentieren. Ja, wir wollen nun auf den Schwingen der Engel diesen Pfad gemeinsam beschreiten. Wir wollen solide an Amerika glauben. Wir wollen an unser Land glauben, an die Gerechtigkeit. Wir wollen eine Nation sein, die vereint ist, die gestärkt ist, die geheilt ist. Es sind dies die Vereinigten Staaten von Amerika. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir haben, wenn wir hier gemeinsam gearbeitet haben, alle unsere Ziele verwirklichen können. Ich erinnere mich da noch an meinen Großvater, der mir immer gesagt hat, Joey, keep the faith. Spread it. Also, man soll den Glauben, den man hat, verbreiten. Gott schütze Amerika. Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Gott schütze unsere Truppen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Freunde. Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika.